Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skellrm. So, wir waren gerade im Ödsturz-Hügelgrab, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ja, habe ich. Und zwar am allerheiligsten. Und haben dort so einige lustige Sachen gefunden, wie dem auch sei. Wir müssen uns jetzt wieder auf den Weg machen, um hier die goldene Klaue, oh, haben wir gar nicht als Quest markiert, zu Lucan zurückzubringen. Wir sollten uns zwischendurch dann vielleicht möglicherweise auch noch auf den Weg nach Weislauf machen. Ja. Für die Quest vor dem Sturm. Und dann haben wir noch ein paar verschiedene Sachen, denen wir uns annehmen können. Ähm. Jetzt machen wir es erstmal auf den Weg. Und, ja. Ehrlich gesagt, können wir jetzt auch wieder reisen. Aber ich sehe gerade auf dem Kompass, dass es gleich ein paar schöne Sachen auf der Karte geben wird, die man noch ganz kurz schnell erkunden kann. Wie ich finde. Hier haben wir erstmal... Da ist noch ein paar... ...Wölfe. Die aber nicht zum Leben für mich gemacht sind. So. Komm her! So. Das war doch mal schnell. Ah, so. Ah. Ich mache mal kurz unter die Maus runter. Ja, das geht schon besser. So. Blumen. Oh. Kann man nicht pflücken? Was? Nicht zu fassen. Gut. Wir nähern uns... ...einem Haus. Wenn ich mich nicht höre. So. Hallo. Ich bin doch nur eine arme alte Frau, Schätzchen. Ihr müsst euch meinetwegen nicht beunruhigen. Okay. Gemüse brauchen wir nicht. Das können wir theoretisch gebrauchen. Für Chemie. Ja, Chemie. Alter, was willst du denn? Du kannst nicht. Du hättest niemals hierher kommen sollen. Oh, Mann. Der muss sich gut vorkommen, ey. Von irgendeinem... ...anfänglichen Abenteuer. Fertig gemacht. Von einer alten Frau. Der muss... ...der muss sich stark fühlen. Ach, der ist drin. Stimmt. Wir waren ja da. Wir waren ja an der Kante... ...und der Kante des... ...des übergelasteten. Ne, des überlasteten. Deswegen hatte ich das mal schnell... Mist, das war hier weggelegen. Die ganzen anderen Misten... ...misten wir dann theoretisch. Den anderen Misten müssen wir dann theoretisch mal verkaufen. So, ich versuch's jetzt mal mit Schild. Ist ja auch lustig. Warum setze ich mir eigentlich diese kleine Kone auf? Wahrscheinlich. Schöner bin ich dadurch nicht unbedingt. Ah, so. Wiederherstellungszauber kosten 12% weniger Magiker. Klasse. Darf ich überhaupt nicht zaubern. Nämlich einfach wieder eine Rüstung. Also, wir zaubern schon, aber... ...beschränkt. So. Dann haben wir jetzt hier vielleicht sogar ein Hütchen... ...zum aufsetzen. Das hier springt... ...wesentlich mehr. Und wir sehen epischer aus. So. Das können wir wirklich auch reisen. Das ist die Weltkarte. Auf der Weltkarte besitzen... ...blablabla. Auf der Weltkarte besitzen Orte, die du bereits entdeckt hast. Helle Symbole. Und Orte, von denen du gehört hast... ...die du aber noch nicht besucht hast. Dunkle Symbole. Bereits entdeckte Orte kannst du auswählen und schnell dorthin reisen. Klingt komisch. Ist aber so. So. Jetzt reisen wir zurück nach Weißlauf. Und in Weißlauf geht die Fälle Kacke ab. So. Wir sind zurück in Weißlauf. Alles ist schön. Wir sammeln noch nie mal ein bisschen... ...Distel. ...Distel oder Diesl oder... ...weiß ich was. Hier im Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Ja. Ich bin einzigartig. So. Jetzt zeige ich mir das aus. Was auch immer ihr benötigt. Bei Ismir, wenn es einfach und stark ist. So. Wollt ihr euch schützen? Oder Schaden austeilen? Beides. Beides. So. Dann verkaufen wir erstmal den ganzen Kram. Notstreitachs. Brauchen wir nicht, weil wir uns nur einhändig... ...bereichern. Eisen, Dolch oder Beckmann. Weg, weg, weg. Weg, weg. 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 Was haben wir da? Pfeile lassen wir auch mal da. Kleidung. Weg. Wo, was haben wir denn? Hier, nehmen wir das hier weg. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Obwohl, vielleicht sollten wir lieber leichte Rüstung nehmen. Das wäre vielleicht ein bisschen... Ach, sorry, egal. Ich möchte mich sowieso auf keine Rüstung spezialisieren, weil wir sonst manche Sachen einfach nicht richtig tragen können. Was hat denn mehr Füllschuhe? Das hat das natürlich nicht. Weg mit dir. Boah. Redekunst verbessert auf 16. Und wir rücken der Stufe 6 oder 5 näher. Ich weiß gerade nicht, wie es angezeigt wurde. Kann ich nochmal gucken. Brp, 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 brp. Ja, wir rücken der Stufe 6 näher. Auch hier eine neue Klinge? Wollt ihr euch schützen? Oder Schaden austeilen? Wie gesagt, beides. So. Was? Was ist denn besser als der Nordburgen? Denk mal schon. Ja, der ist besser. Weg. Oh, kann man gar nicht als Favorit machen hier. Dietrich Eisenbarren haben wir. Lederstreifen haben wir. Wolfspelz. Daraus kann man gar nicht mal ein paar fette Lederstreifen machen. Ja, Wolfspelz. So. So. Komm, bei anderen Lederstreifen. Lederstreifen. So, gut. Ah, ne, das lasse ich mal noch. Falls wir irgendwie in Eisennot kommen, dann bin ich so dreist. Ähm, Schleifstein hier. No. Okay, Steilbarren, Steilbarren. Gut. Gut, wir sind im Mangel. Also. Ich speichere mal hervor. Ja, die sind schick, wa? Okay, ich muss mal alle nehmen, hier wa? Nicht sparen. Ich meine, niemand kann uns nachsagen, dass wir sie geklaut haben, wenn wir sie gleich verbratzen, wa? Also herstellen. Nicht. Nicht. Erinnert mich an meine ersten Gehversuche im Schmieden. Dankeschön. So. Jetzt können wir hier vielleicht noch irgendwelche Rüstung verbessern. Ey, haben wir? Ach, die sind schon... Ach, so, stimmt. Ne, sind sie nicht. Doch, die beiden... Doch, die haben wir schon verbessert. Wenn ich mich nicht irre. Keine Ahnung. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr.